Dieser Mann sitzt seit Anfang Januar in Untersuchungshaft. Heute muss er sich vor dem Landgericht verantworten. Er soll seine Frau am frühen Neujahrsmorgen mit vier Messerstichen in den Oberkörper getötet haben. Das hat er jetzt gestanden. Mein Mandant wird sich im weiteren Verlauf des Verfahrens auch zur Vorgeschichte und zur Lebensgeschichte äußern. Und ich bin zuversichtlich, dass dann einiges deutlicher werden wird, was jetzt für alle Beteiligten als unfassbar und kaum nachvollziehbar wird. Am Ende des Tages wird man aber immer vor der Frage stehen bleiben, warum konnte es dazu kommen, warum musste es dazu kommen. Hier in dieser Straße in Bremen-Osterholz geschah die Tat, unweit des Hauses, in dem das Ehepaar mit seinen zwei Kindern lebte. Zuvor hatte das Paar viel gestritten und Drogen genommen. Am frühen Morgen verlagerte sich der Streit vor die Tür. Der Mann tötete seine Frau, jede Hilfe kam zu spät. Die Anklage lautet Totschlag. Der Prozess geht in der nächsten Woche weiter.